Mein Name ist Angela Million, ich bin Professorin für Städtebau an der Technischen Universität Berlin. Ich habe in den letzten Jahren viel zum Thema Stadtentwicklung und Bildung in Theorie und Praxis und auch in der Lehre geforscht und gearbeitet. Sehr geehrte Damen und Herren, da sich viele von Ihnen hoffentlich in einer angenehmen Atmosphäre diesen Vortrag anschauen, möchte ich mit einer Aufgabe beginnen. Sie können gern einmal die Augen schließen oder Ihre Gedanken einfach wandern lassen ins Quartier oder ins Dorf Ihrer Kindheit. Wo haben Sie dort gespielt, Erfahrungen gesammelt? Wer hat Ihnen etwas beigebracht? Wo haben Sie Hütten oder auch eine Bude gebaut? Wo und wie sind Sie zur Schule gegangen oder auch gefahren? Was haben Sie dort gelernt? Was von Ihren Freunden, von Ihren Eltern, Großeltern? Wer hat beim Nachbarschaftsfest den besten Kuchen gebacken? Und wo im Quartier, an welchem Kiosk gab es die besten Bonbons? Mit diesem Gedankenspaziergang haben Sie gerade einen kleinen Ausschnitt aus Ihrer ganz persönlichen Bildungsbiografie gezeichnet. Und wenn wir davon ausgehen, dass Bildung genau dann passiert, wenn uns bewusst wird, was wir, wann, wieso, warum tun und vor allen Dingen auch, wann Neues in unser Leben tritt, dann finden Bildungsprozesse statt. Und wir haben diese Aufgabe auch mit Kindern und Jugendlichen gemacht. Wir haben in einem Forschungsprojekt Kinder und Jugendliche dazu befragt, wo sie Erfahrungen, wo sie lernen, wo sie etwas gelernt haben über das Bauen und Planen. Das war also eine etwas andere Fragestellung, als ich sie gerade Ihnen gegeben habe. Und am Ende ist hier sowas rausgekommen. Sie müssen sich vorstellen, das ist ein Zeitstrahl mit ganz vielen Ereignissen. Und wenn Sie da mal über die eine oder andere Notiz drüber lesen, werden Sie feststellen, dass zum einen familiäre Aktivitäten hier auftauchen, der Hausbau in der Familie, mit dem Onkel in den Ferien, bis hin zur Planung auch von Familienfesten, aber auch ein Praktikum bei einer IT-Firma, welche Ampeln programmiert. All diese Dinge werden als Lärmmomente von dem entsprechenden Jugendlichen genannt. Gleichzeitig aber auch, das sehen Sie so im oberen Bereich, eine ganze Reihe von Computerspiele mit Bezug zum Bauen und Plan. Und auch hier hat der Jugendliche nach eigener Aussage etwas über eben genau dem Bauen und Plan der Stadt gelernt. Schule taucht hier nicht auf. Das haben Sie vielleicht schon gesucht. Tauchte auch im Gespräch immer eher am Rande auf. Aber das lag vielleicht auch so ein bisschen an unserer Eingangsfrage und sicherlich wäre die Antwort oder wäre so ein Zeitstrahl auch anders geworden, anders ausgefallen, wenn wir gefragt hätten, wo er Schreiben und Rechnen gelernt hätte. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird deutlich Lernen findet oder Bildung findet an vielen Orten und in ganz vielen Situationen statt. In der Familie, in Bildungseinrichtungen, vielleicht auch allen voran in der Schule, aber eben auch, und das zeigt sich in der Freizeit mit Freunden, im Alltag, im Quartier, auch auf Reisen durchaus und gerade zu Zeiten von Corona mehr denn je, auch in den digitalen Medien. Ein Punkt, worauf ich auch noch mal ganz kurz später eingehen werde. Ohne Zweifel, diese Erkenntnis ist nicht neu, aber noch nicht lange und noch längst nicht verankert in allen Diskussionen um Bildung. Es beschreibt ein eher umfassendes Bildungsverständnis, das formelle und informelle Bildungsprozesse und ihre Settings und Orte als gleichsam, bedeutsam definiert. Und dieses Grundverständnis ist aus meiner Sicht ein unverzichtbares Fundament einer gewinnbringenden Verknüpfung von Bildung und Stadtentwicklung. Mehr noch, dieses umfassende Bildungsverständnis ist Grundlage dafür, dass wir Stadt und Region und heute hier das Quartier als zu gestaltenden Bildungsraum vieler Disziplinen verstehen. Ein Raum, in dem Planerin, Architektin, Pädagogin, Vertreterin der Gemeinwesen und Kulturarbeit, aber eben auch der Verwaltung und Politik gemeinsam zusammenkommen müssen, um etwas zu schaffen. Zugleich ist das kein abgeschlossener Prozess. Das hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass sich die Rahmenbedingungen für Bildungsprozesse auch permanent weiterentwickeln und auch wandeln. Wir haben gerade erlebt, wie Corona zu einer Delokalisierung von Bildung geführt hat, nämlich einer Delokalisierung von Bildung ins Zuhause und vor allen Dingen auch in den virtuellen Raum. Wir wissen auch, dass Kinder und Jugendliche, auch Erwachsene, heute ihre Wissensbestände und das, was sie lernen letztendlich außerhalb, auch außerhalb ihres Quartiers tun, dass sie fremde Städte bereisen, dass sie im Internet Dinge aufrufen und lernen. Und gerade Jugendliche, muss man dazu sagen, sind sehr gut informiert, wissen Bescheid, sind alltäglich in Kontakt mit Dingen, die fernab und außerhalb ihres Quartiers Bezüge haben. Und für sie ist Nähe und Ferne damit auch sehr relativ. Es geht also darum, vor allen Dingen heute sich zu fragen, was das Quartier denn als Bildungsraum noch ausmacht und wie wir es entsprechend weiterentwickeln können. Ich habe nach diesem Eingangsstatement, was so ein Stück weit Bildung einmal definieren soll, im Folgenden vor Ihnen auf der einen Seite das Quartier in seiner Funktion als dritter Pädagoge noch mal näher zu bringen. Denn es hat trotz Digitalisierung ohne Zweifel eine Funktion, in der Bildungsinstitutionen das Quartier prägen, in der Menschen voneinander lernen, selbstbildend wirken und Orte natürlich auch einen bildenden Charakter haben, Erfahrungen erzeugen, die bedeutsam sind. Und im letzten Teil geht es dann natürlich um die Frage, wie wir letztendlich eine gemeinsame Planung oder eine gemeinsame Quartiersentwicklung im Sinne von Bildung angehen können und worauf es da, welche Erfahrungen es gibt und worauf wir achten können. Kommen wir zum Quartier als dritten Pädagogen. Gemäß einer schwedischen Weisheit ist der Raum bedeutsam und wir gehen davon aus, dass er prägend für Lernerfahrungen von uns allen und insbesondere von Kindern und Jugendlichen ist. Und ohne Zweifel werden Sie mir auch zustimmen, dass Bildungsinstitutionen Nachbarschaften prägen. Und Sie sehen, dass ich in der Überschrift Bildungsinstitutionen mit sogar vier Ausrufezeichen versehen habe. Und diese Ausrufezeichen sind da nicht ohne Grund. Ich möchte einfach auch noch mal daran erinnern, was ich eben versucht habe, deutlich zu machen. Bildung findet an vielen Orten statt und vielen Situationen. Und ich mit Bildungsinstitutionen da tatsächlich auch eine Vielfalt meine. Mehr als Schulen oder nicht nur Schulen, sondern eben auch Vereine, Kultureinrichtungen, Museen, Musikschulen, Theater etc. Gleichzeitig wird deutlich, dass einige, die ich gerade genannt habe, Einzugsbereiche haben, Aufgabenbereiche haben, die auch jenseits des Quartiers liegen, die stadtbedeutsam sind, die sogar regional oder manchmal sogar national bedeutsam sind. Und insofern können wir davon ausgehen, dass das Quartier sich manchmal, was Bildung betrifft, auch schwer fassen lässt und nicht eingrenzbar ist. Gleichzeitig sind diese Bildungsinstitutionen ohne Zweifel wichtige Treffpunkte im Quartier. Sie können sogar imagegebend sein und Impulse setzen. Und daher kann Bildung auch als Motor von Quartiersentwicklung dienen. Und nicht umsonst sind Bildungsthemen und Bildungsinstitutionen unverzichtbar. Gerade in der sozialen Stadtentwicklung, die soziale Stadtquartiere, aber nicht nur die. Für diese Quartiere ist Entwicklung oder ist Quartiersentwicklung ohne Bildung schlicht nicht möglich. Aber auch in anderen Aufgaben der Stadtentwicklung und der Stadtplanung wie dem Stadtumbau und der Stadterweiterung sind heute Bildungseinrichtungen hier vor allen Dingen tatsächlich Schulen und Kitas wichtige und prominente neue Stadtbausteine. Gerade weil andere Partner die sonst zentrale Orte darstellen in einem Quartier. Ich denke da mal an den Einzelhandel. Wie wir alle wissen, weniger verlässlich sind in dem Sinne, dass da auch viel in Bewegung ist. Und insofern wir Schulen und Bildungseinrichtungen in der Breite als wichtige Ankerpunkte, gerade auch für neue Stadtquartiere und für die Entwicklung und den Stadtumbau sehen. Daneben muss man ganz klar sagen, wenn man sich insgesamt das Stadtentwicklungsgeschehen anguckt, spielen natürlich Schulen und insbesondere der Schulbau die größte Rolle. Das sind tatsächlich Aufgaben, die gang und gäbe ist, sind in Städten und Gemeinden, wogegen sicherlich die Etablierung anderer Bildungsinstitutionen wie Theater, Museen etc. eher Sondersachen sind, die nicht so oft passieren. Neben diesem Alltag Schulentwicklung und Schulbau haben sich aber in den letzten Jahren zahlreiche Bildungsverbünde und Netzwerke entwickelt in Deutschland, die ich hier auch erwähnen möchte. Wir gehen davon aus, dass es ca. 400 dieser Netzwerke in Deutschland mittlerweile gibt. Das sind Netzwerke von Bildungs- und Kulturinstitutionen, manchmal in Zusammenarbeit auch mit der Jugendhilfe, Weiterbildung und unter Einbeziehung der Wirtschaft. Die ihre Bildungsarbeit stärker koordinieren wollen und gemeinsam angehen wollen. Aber man muss ganz klar sagen, dass Stadtplanung und Quartiersentwicklung in diesen Verbünden oft eine untergeordnete oder aber auch sogar gar keine Rolle spielt. Und hier wiederum sind einige wenige durchaus beispielgebend und auch spannend für die Auseinandersetzung von Quartiersentwicklung und Bildung, die zum Ziel haben, mehr zu sein als ein Verbund, nämlich auch das Quartier sozusagen mitzuentwickeln, mitzugestalten, als Lernraum zu erschließen. Und wir bezeichnen diese Bildungslandschaften als sozialräumliche Bildungslandschaften. Und in diesen Bildungslandschaften, die man im Übrigen auch durchaus in kleineren Städten findet, geht es darum, dass auf Basis von integrierten Konzepten pädagogische und stadtentwicklungsbezogene Ziele miteinander verbunden wurden und auch architektonische Aspekte einer Bildungslandschaft, also wie soll sich das Ganze anfassen, wie soll es aussehen, ganz konkret beleuchtet werden. In jedem Fall ist ein Ziel dieser Bildungslandschaften die stärkere Verflechtung von Bildung und Quartier, entweder durch Einbindung des Quartiers in das institutionelle Bildungsgeschehen oder als Nutzung des Stadtteils für erweiterte Bildungszwecke oder aber auch zur Schaffung räumlicher Nähe von intensiven Kooperationen. Häufig sollen hier dann auch eben öffentliche Räume als Orte der Begegnung in der Nachbarschaft genutzt und gestaltet werden. Es sollen bestehende Infrastruktur ausgebaut werden. Seltener werden gänzlich neue etabliert, wenn man sich die Projekte anschaut. Und es geht auch darum, die Gestaltung von Zu- und Übergängen zu definieren und anzugehen, sowohl baulich als auch bildungsbiografisch und das eben gemeinsam kooperativ. Komme ich zum nächsten Punkt, den Bürgern. Bürger im Quartier haben Wissen und sie können bildend wirken. Sie können aktiv voneinander lernen. Und ich glaube, wie Sie alle wissen, es gibt kaum noch Maßnahmen auf Quartiersebene, die nicht von einer starken oder zumindest einer verbesserten, bürgerorientierten und partizipativen Planungsansatz ausgehend implementiert werden können. Bei dem Ansatz Bürgerbögen geht es darum, zu verstehen, dass lokales Wissen vorhanden ist und man es nutzbar machen kann. Nicht nur für Quartiersentwicklung, sondern Bürgerinnen können auch als Stadtproduzentin wirken, ihr Wissen aktiv weitergeben. Dabei werden im Übrigen auch Jugendliche als Stadtproduzenten in einigen Städten ernst oder zumindest ernsthafter genommen. Als Stadtgestalterin muss ich zudem sagen, dass eine stärkere Auseinandersetzung in der Entwicklung von Quartieren notwendig ist, hinsichtlich der Frage, wo Aneignungsräume und Aneignungsanlässe geschaffen werden können und mehr noch zum Teil sogar gesichert werden können. In einzelnen Quartieren in Großstädten, da spreche ich auch aus Berliner Erfahrung, geht es darum, diese Orte als Lernorte und Lernanlässe zu identifizieren und gegenüber anderen Verwertungsinteressen zu schützen und zu sichern. Und das ist sicherlich eine ganz spannende Diskussion, die wir viel intensiver führen sollen. Wo befinden sich die Lernorte und Lernanlässe für Bürgerinnen und Bürger im Quartier? Und wo müssen wir sie aktiv schaffen und wo müssen wir sie, wie gesagt, gegenüber Verwertungsinteressen sichern? Zu guter Letzt kommen wir zu den Orten. Auch Orte bilden Erfahrungen, bilden uns, prägen unsere Wahrnehmung. Wir wissen, dass vielseitig gestaltete, viel wertschätzend gestaltete Stadträume informelle Lernerfahrungen im Alltag fördern können. Allen voran haben wir natürlich die öffentlichen Räume da ganz besonders im Blick, weil das ist der Raum, wo wir am ehesten auch Zugriff haben als Planerinnen, als Planer und als öffentliche Akteure. Auch hier ist es noch, um das auch noch mal zu betonen, wichtig, eine Balance zu finden zwischen angelegter Gestaltung und individueller Nutzbarkeit. Gestaltung im Quartier muss flexibel, muss weiterentwickelbar sein, muss anpassbar sein. Gleichzeitig muss es einen wertschätzenden gestalterischen Rahmen setzen. Ganz konkret geht es beispielsweise auch darum, baulich vorhandene Bildungsinstitutionen in ihrer Breite räumlich sichtbar zu machen, zu verknüpfen. Auch da gibt es sehr spannende Projekte, zum Beispiel in Hamburg und auch Fragen beispielsweise der verkehrlichen Erreichbarkeit und Sicherheit aufzugreifen. Und dass das kein Randthema ist, möchte ich hier einfach auch noch mal verdeutlichen. Ich war sehr erschrocken, als ich mich mit Zahlen beschäftigt habe, was beispielsweise den Aspekt betrifft, wie viele Kinder heute in der Grundschule in der ersten, zweiten Klasse alleine zur Schule gehen. Das waren 1970 noch 91 Prozent. Wenn ich Sie jetzt im Vortragssaal hätte, würde ich fragen, schätzen Sie mal, wo wir liegen. Ich gebe zu, ich habe gerade keine Daten gefunden für 2020. Im Jahr 2000 waren wir bei 17 Prozent. 91 versus 17. Ich traue mich gar nicht, nach den Zahlen weiter zu suchen für 2020. Das zeigt aber, dass Verkehr, verkehrliche Sicherheit, vielleicht auch das Sicherheitsempfinden von Eltern natürlich eine Rolle spielen. Aber eben, wenn wir uns die Verkehrssituation umschulen heute vielerorts anschauen, ist diese sicherlich nicht zuträglich. Und auch das gehört dazu, ein Quartier zu einem Ort der Bildung zu machen. Als letzten Punkt. Ich glaube, uns ist auch bewusst, dass mehr als bisher Mehrfachnutzung durch verschiedene Institutionen, aber auch im öffentlichen Raum mitgedacht werden muss. Das ist eine große Herausforderung, gerade im Bereich Management dieser Flächen und auch Institutionen und auch Pflege dieser Flächen. Da haben wir einen Mehraufwand, den wir einfach auch mitdenken müssen. Und damit bin ich eigentlich auch schon beim letzten Vortragspunkt. Gemeinsam und integriert, also mit Aspekt auf Bildung planen. Was heißt das? Wie kommen wir da hin? Was ist zu beachten? Zunächst einmal haben wir festgestellt, wenn wir uns ganz viele Beispiele angeschaut haben, in Quartieren, wo etwas passiert ist mit dem besonderen Fokus auf Bildung, dass es ein greifbares Anliegen gab in den jeweiligen Städten und Gemeinden und Quartieren. Und diese können ganz unterschiedlich sein. Aus planerischer Sicht vielleicht die Umgestaltung eines öffentlichen Raums oder schon erwähnte Fragen der sozialen Stadtentwicklung. Es kann aber auch eine Sprachflächenentwicklung sein, eine Nachnutzung einer Fläche mit Bildungsinstitutionen, ein Innenstadtentwicklungsprojekt, wo es darum geht, die Innenstadt zu stärken, bis hin zu Profilierung oder imagebildenden Maßnahmen im Quartier. Und hier ist Bildung natürlich ein spannendes Thema und mitgedacht oder sogar vordergründig diese Projekte bestimmen kann. Und Sie sehen darunter auch eine Liste von alltäglichen Aufgaben, die in vielen Städten und Gemeinden sowieso anstehen. Da sind wir wieder bei der Alltagsaufgabe Schulneubau oder Schulbau im Falle eines Neubaus beispielsweise. Aber Sanierung, Erweiterung, Schließung, auch das sind ganz alltägliche Aufgaben, die auf Kommunen zukommen und die ein ganz greifbares Anliegenprojekt letztendlich der Stadtentwicklung und Bildung darstellen. Und wenn wir uns dann anschauen, welche Phasen wir haben, wir haben eine Vorbereitungsphase, wir haben eine Durchführungsphase und wir haben letztendlich den Betrieb und das laufende Projekt. Dann geht es auch darum, sich zu Augen zu führen, welche Erfahrungen wurden schon gemacht, von denen können wir lernen. Das haben wir auch versucht in Form einer Broschüre. Die sehen Sie hier, Schule im Quartier, Impulse für die kommunale Praxis. Die Broschüre haben wir für das Land NRW zusammengestellt und die können Sie auch im Internet sich runterladen. Und ich habe festgestellt, einfach an der Reflexion dessen, was wir da zusammengetragen haben, dass ja, es war fokussiert auf Schule, aber auf der anderen Seite lassen sich, glaube ich, für sämtliche bildungsbezogenen Stadtentwicklungsprojekte hier raus Erfahrungen schöpfen. Und so ist es, dass in der Vorbereitungsphase es natürlich darum geht, mögliche Partner zu suchen, die andere Logiken haben, das gleiche Interesse haben, aber zum Teil eben auch andere Logiken haben. Stadtplanung tickt anders als der Schulbau, als beispielsweise Gemeinde- und Kulturwesenarbeit oder Politik und generell Verwaltung. Und da gilt es, diese Logiken zu verstehen, die Aufgaben zu verstehen, die jeder hat, um zu sehen, wie kann man gemeinsam etwas voranbringen. Es geht also dann ganz konkret darum, im zweiten Schritt Kooperationsziele und Pflichten sich darüber zu verständigen und auch diese festzuhalten. Das kann ganz unterschiedlich passieren. Wir haben Letter of Intents gefunden. Wir haben gemeinsame Leitbilder gefunden. Kooperationsvereinbarungen wurden abgeschlossen. Diese beinhalten am Ende auch natürlich eine Programmatik, über die man sich verständigen muss. Konkrete Entwicklungs- und Qualitätsziele für Stadtentwicklung, für Quartiersentwicklung und Bildung müssen diskutiert werden. Dazu gehört sich darüber in Klaren zu werden, welche Räume, Räume physisch gesehen, braucht Bildung? Welche Menschen braucht Bildung? Und wie sind Themen, die uns einfach heute beschäftigen und die wir nicht mehr außen vor lassen können, wie Inklusion oder Digitalisierung, wie schwingen die mit? Und nach der Formulierung dieser Ziele geht es natürlich darum, entsprechende Arbeits- und Entscheidungskulturen aufzubauen. Und gerade bei größeren Bauvorhaben, da spreche ich wieder als Planerin, ist es einfach auch unheimlich wichtig. Zum Teil sind das Millioneninvestitionen, das muss man einfach ganz klar sagen, entsprechende politische Beschlüsse zu haben. Bei der Planung und Durchführung, aber vielleicht auch schon eher, trifft man natürlich auf eine Reihe von Hindernissen, die ich hier auch nicht verschweigen werde, die vielleicht auch ihr eigenes tägliches Handeln sozusagen widerspiegelt. Sie treffen auf Konkurrenzdenken, auf Ressort-Egoismen, bezogen auf finanzielle Mittel und Personal. Sie werden merken, dass die Erarbeitung integrierter Konzepte oder haben es schon gemerkt, sehr aufwendig ist und die Realisierung integrierter Ansätze auch sehr aufwendig ist, weil man sehr viel abstimmen muss, sehr viele Dinge zusammenbringen muss. Es ist viel einfacher, sozusagen Schubladendenken zu planen, dass es in der Umsetzung häufig darum geht, Finanzmittel aus ganz unterschiedlichen Förderpolitiken und Optionen heraus zu kombinieren und aus unterschiedlichen Haushalten heraus zu kombinieren, das verlangt einiges an Geschick und auch Kreativität und dass sie immer wieder darauf, auch trotz Verständigung und trotz Verständnis für unterschiedliche Logiken, darauf treffen werden, dass die Frage nach Zuständigkeiten gestellt wird und die Frage, wie diese zusätzlichen Zeitaufwände, die das Ganze kostet, denn kompensiert werden können. Das heißt, ohne Zweifel müssen für die Planung und Umsetzung von Stadtentwicklungsprojekten, von bildungsbezogenen Stadtentwicklungsprojekten, Ressourcen im Bereich Personal und auch Zeit zur Verfügung gestellt werden und das Ressort übergreifen. Das kann nicht einer alleine stemmen. Gegebenenfalls braucht man sogar ein externes Projektmanagement für Zeit- und Kostencontrollung. Das ist bei größeren Bauvorhaben tatsächlich auch zu empfehlen. Im Prozess der Planung und der Umsetzung wird man zudem feststellen, dass neben den Akteuren, die ich schon genannt habe, noch ganz weitere Dienststellen hinzugezogen werden müssen. Weitere Behörden und Träger öffentlicher Belange. Man muss sprechen vielleicht mit der Freiraumplanung. Man muss sprechen mit den entsprechenden Institutionen und Unternehmen, die für Energie und Telekommunikation beispielsweise oder Tiefbau zuständig sind, je nach Baumaßnahme. Das heißt also, da ist auch noch mal ein großes, eine frühzeitige Beteiligung dieser Partner und Träger öffentlicher Belange anzuraten. Zum Schluss. Ich habe schon angedeutet, Finanzierungsfragen sind wichtig, gerade die Akquirierung möglicher Fördermittel und die Kombination unterschiedlicher Etats. Da erlauben Sie mir noch den Nebensatz. Leider treffen integrierte Projekte nicht auf integrierte Förderkulissen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die Sie auch schon gemacht haben, wo aus meiner Sicht aber auch politisch noch viel mehr passieren muss. Es kann nicht sein, dass auf der Basis in den Kommunen integriert gearbeitet wird und das sehr erfolgreich und das auch als Voraussetzung gesehen wird für viele Fördertöpfe. Aber auf der anderen Seite, wir keine integrierten Förderkulissen haben. Hinweisen will ich auch noch auf den Aspekt, dass man durchaus auch an mögliche nachträgliche Anpassungen in der Zeit- und Finanzierungsplanung denken sollte. Denn auch als Stadtplanerin und Architektin oder Erfahrung mit Kollegen der Architektur stellen wir immer wieder fest, man kann nicht alles planen. Im Betrieb stellt sich immer fest, dass bestimmte Dinge einfach besser funktionieren, wenn sie so und so sind. Und insofern sind nachträgliche Anpassungen unheimlich wichtig. Und das Wort Betrieb ist schon gefallen. Im Idealfall ist es geschafft und man hat so etwas wie einen Alltag. Dann geht es auch darum natürlich, die initiierte Zusammenarbeit der verschiedenen Partner dann im Alltag. Da ist im Übrigen die Stadtplanung oft gar nicht mehr gefragt, aber dass die Bildungspartner vor Ort natürlich miteinander zusammenarbeiten sollen auch in Zukunft und dass das Ganze koordiniert wird. Und da spielt sicherlich Bildungsmanager und Bildungskoordination eine große Rolle. Gleichzeitig muss man sich aber ganz klar fragen, was sind wirklich notwendige und leistbare Aufgaben und wenn neue Aufgaben dazukommen, müssen vielleicht auch alte einmal weichen. Denn wir alle wissen, dass bestimmte Ressourcen sind einfach nicht aufstockbar und dass in vielen Dingen, die wir tun, auch mit dem auskommen müssen, was wir haben. Am Ende geht es auch darum, das zeigen Erfahrungen aus anderen Projekten für künftige Vorhaben, das eigene nachzubereiten, zu evaluieren und aus diesem Prozess zu lernen für zukünftige Projekte. Denn eins haben, und da möchte ich einen kommunalen Vertreter am Ende zitieren, Projekte gezeigt, dass die Realisierung und die Umsetzung von Bildungslandschaften in der Regel sehr experimentell ist, ungewöhnlich und fern vom Tagesgeschäft. Und da können wir von Erfahrungen, die bereits gemacht wurden, sehr profitieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020